Das neue HPSC Plus Zusatzmodul Load erweitert das bewährte Standsicherheitssystem von Palfinger um eine Beladungserkennung. Es nutzt die Neigung des LKWs als zusätzlichen Parameter und optimiert so die Leistung des Krans. Bei leerem LKW kann die Palette mit circa 1,4 Tonnen Gewicht auf 11 Meter Reichweite verhoben werden. Bereits bei einer Beladung von 5 Tonnen am Fahrzeug kann die Last um fast 6 Meter weiter gehoben werden. Der Fahrer kann also die Beladung nutzen, um mit HPSC Load den Abladevorgang zu optimieren. In diesem Beispiel kann durch die engen Verhältnisse auf der Baustelle nur ein Drittel der Abstützbreite ausgenutzt werden. Eine Last von circa 1,2 Tonnen kann ohne HPSC Load 9,5 Meter nach vorne gehoben werden. Ist die Ladefläche beladen, erhöht sich der Aktionsradius nach vorne und auch zur Seite. Eine Last von 1,2 Tonnen an der Kranspitze kann bei 5 Tonnen Ladegut um bis zu 3 Meter weiter nach vorne und circa einen Meter weiter zur Seite gehoben werden. Der Vorteil des HPSC Load liegt bei der Erfassung des aktuellen Beladezustands. Sogar Schüttgut kann als Ballastgewicht zur Erhöhung der Reichweite herangezogen werden. Ein Praxisbeispiel wie HPSC Load die Beladung zur Leistungssteigerung des Kranes verwendet, ist das Bekiesen eines Grabens ohne die Position des Fahrzeuges zu verändern. Der Kranfahrer nutzt die Beladung, um den Bekiesungsvorgang bei voller Reichweite zu beginnen. Die zusätzliche Last ermöglicht einen Reichweitengewinn von bis zu 3 Metern und das bei geringer Abstützbreite. HPSC Plus Load – mehr Reichweite durch Beladungserkennung. Pallfinger Pallfinger